Beim juristischen Tauziehen um Julian Assange ist immer noch kein Ende in Sicht. Zwar gibt Großbritanniens oberster Gerichtshof grünes Licht für die Auslieferung des WikiLeaks Mitbegründers nach Schweden. Doch in letzter Sekunde erreicht die Anwältin von Assange einen Aufschub. Das Urteil spricht für sich selbst. Die Richter waren eindeutig gespalten. Manchmal passiert es, dass ein Fall ein Problem aufwirft, dessen sich niemand bewusst war. Aber ein wichtiges Problem, das entschieden werden musste. Und dies war hier der Fall. 5 zu 2. Mit dieser Mehrheit entscheiden die höchsten britischen Richter, die schwedische Staatsanwaltschaft sei eine Justizbehörde und somit befugt, einen Haftbefehl gegen Assange auszustellen. Die Verteidigung von Assange hatte argumentiert, der Haftbefehl sei ungültig, da er von der Staatsanwaltschaft als parteiische Instanz ausgestellt wurde und nicht von einem Richter. Der 40-jährige Assange soll in Schweden mit zwei Frauen ungeschützten Sex ohne ihre Einwilligung gehabt haben. Deswegen wird er wegen Vergewaltigung verfolgt. Der Australier fürchtet vor allem aber, letztendlich an die USA ausgeliefert zu werden. Die werfen ihm die Veröffentlichung geheimer US-Depassion über Wikileaks vor. Ich bin Journalist und ich denke, alle Journalisten sollten sich Sorgen machen um den Fall Wikileaks und Assange. Denn was Julian Assange widerfährt, das kann jedem Journalisten passieren. Für die Unterstützer von Assange sind die Anschuldigungen aus Schweden politisch motivierte Teile einer Schmutzkampagne. Die Anwälte des Australiers haben nun zwei Wochen Zeit, um eine Neuaufnahme des Verfahrens unter Berücksichtigung weiterer Unterlagen zu erreichen. Letzter Ausweg wäre ein Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.